Also mach ich erstmal hier den normalen Weg. So. Jetzt muss ich rennen und springen und gleich... Uiuiui. So, wir rennen. Wie? Nein! Was? Wieso konnte er sich nicht festhalten? Hatt ich nur eine Taste gedrückt, die ich nicht hätte drücken dürfen? Oh shit. Aber okay, so kann es hinkommen. Puh. Oh, das kostet auch jedes Mal gleich ein Herz. Oh yeah. Oh yeah. Bam. Verstehe nicht, wieso so viele Leute Probleme mit der... Oh nein. Aber das ist ein gutes Schwert, das will ich haben. Warum hast du denn immer die Materialien ausgerüstet? Die braucht doch kein Mensch. Wegwerfen, so. Bam. So langsam werden die Waffen ein bisschen stärker. Das ist schön. Okay. Der Rest sollte easy sein. Äh. Hier habe ich alles. Schön. So gut, ich habe deinen Schrein abgeschlossen. Gib mir Geld. Drei Stunden, ja, ja, klar. Klar, wir machen einfach ein bisschen. Du hast meine Prüfung gemeistert. Ohne Zweifel bist du der auserwählte Held. Im Namen der Göttin Heilia kriegst du das Zeichen der Bewährung und so. Okay. Ja, 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 du wirst wieder glücklich, weil du fertig bist. Viel stärkere Waffen als diese, wirst du am Anfang selten finden. Das heißt, ich halte die erst mal im Gepäck und nutze andere Waffen. Ähm. Ein Pferd fangen. Da freue ich mich auch schon drauf. Zwölf Stunden Stream. Nein. Nein. Einfach nein. Nein. So, ein Schrein erledigt. Weiter geht's. Anfangs zu... Oh Gott, nur Bomben. Das wäre ja schrecklich. Aber bevor ich jetzt weitermache, gehe ich mal kurz und hole mir was zu Trinken. Ich bin gleich wieder da. Dauert nicht lange. Ich bin schon fast fertig. Moment. Gleich. Autsch. La 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 la. So. Es geht doch nichts über ein Glas Leitungswasser. Anfangs so gut wie nur Bomben benutzt. Boah, das wäre mir ja zu krass. Okay, ähm, gut. Ich bin wieder fertig. Weiter geht's. Mimimi, lalalala. Was wetten wir, dass das gleich einer von denen ist, die aufstehen und einen angreifen? Och, nö. Ich hätte gern die Truhe, aber ich habe keinen Bock, schon wieder so einen von denen zu bekämpfen. Okay. Schauen wir mal, wie weit es noch nach Kakariko ist. Auf den Krankenwagen. Oh, da hinten ist ja schon der Turm, da will ich hin. Was ist auch eigentlich die Karte? Ach ne, da bin ich ja hier falsch, ne? Uff. Das Kakariko ist echt zu weit weg. Du bekommst Waffen an allen Ecken. Ja, aber... Ich weiß nicht. Also mein erstes Ziel wäre jetzt mal auf diesen Turm drauf, wenn das möglich ist. Oh, was haben wir denn da? Als ob ich den getroffen habe. Boah, bin ich krass. Aber er rennt. Dude, du kannst doch nicht da hinrennen. What? Alter. Jetzt zieht er einfach immer noch auf mich. Okay. Dann möchte ich hier nochmal speichern. Und dann versuche ich mal dieses Nest da hinten auszuholen. Wait, wo sind die? Äh, wo sind die? Ach, die sind da hinten. Ich habe ihn umgebracht. Ich suche den im Spiel. Wild. Okay. Wurfsperr. Okay. Fackel. Äh, warte, wie war das? Ich muss einen Pfeil rausnehmen. Ne, man muss dann links und einmal rechts. Na du, komm her. Bam. Bam. Hahaha. Oh, er lebt noch. Oh, aber er brennt. Bam. Zerstört. Ich habe, glaube ich, noch keine solche Musik gehört. Soldat. Oh, brauche ich auch. Als nächstes fliegst du. Ansonsten hier halt nehmen. Und hier. Das brauche ich nicht. Meine Bogentasche ist voll. Echt? Wie viele Bögen habe ich? Oh, ich habe einige. Okay. Da ist wieder so ein Arm. Der ist mir egal. Fackel. Ja, das ist mir alles egal. Dann nehme ich die Truhe. Schön. Also, hi Markus. Äh, ich habe noch gar keine Musik gehört, glaube ich. Ich bin noch nicht so weit in dem Spiel. Und jetzt hole ich mir erst mal meinen Preis. Und das Ergebnis ist? Oh, ein Schild. Nein. Mann. Und warum? Weil ich einen Topfdeckel als Schild habe. Ach, super. Bam. Yeah, Mann. So langsam aber, ne? Wobei ich den mal noch nicht ausrüste, aber ich speicher. Ja. So. Gut, ich möchte als erstes mal die Karte von diesem Gebiet haben. Das heißt, ich muss jetzt irgendwie mal zu diesem Turm. Och, nö. Nee, nicht ihr. Nicht ihr. So. Gut. Warum denn ihr? Lasst mich doch in Ruhe. Was will ich denn mit euch? Und noch so ein Widder. Könnt ihr nicht langsam mal aufgeben? Ich will gar nicht wissen, was das ist. Komm ich da durch? Komm ich da durch? Ich komme da nicht durch, weil das Wasser zu stark ist. Okay. Dann Plan B. Aber aufpassen. Oh, das war knapp. So. Bis ich drüben bin. Was? Wow, 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 Link. Wow, wow, wow. Immer mal langsam mit den jungen fernen, Freundchen, ja? So. So, mit der Letzt. Passt. Passt. Andere Seite erreicht. Schön. Ich bin nicht der Allerschlechteste in dem Spiel. Man muss nur in die falsche Richtung gehen. Okay. Oh. Oh shit. Der ist hier im Wasser. Oh, oh. Oh, oh, oh. Das könnte knapp werden. Das könnte schief gehen. Das könnte schief gehen. Ich habe nicht gesehen, dass der im Wasser ist. Uh, uh, uh. Aber okay. Okay, easy. Easy. Pah, Mensch. Dieser Turm wird mir gehören. Bam. Ich werde ihn betreten, dann habe ich die Karte von hier. Bam. Yeah. Dann bin ich auch bald schon in Kakariko. Ach du Scheiße, ey. Boah. Also ich war auf jeden Fall scheinbar noch nicht in der falschen Richtung. Sagen zumindest die anderen. Ich weiß ja nicht, welche Musik die richtige ist. Okay. Okay. Hier wird gar kein König auf uns warten. Das ist voll schade. Okay. So. So. Man darf gespannt sein, wie die Karte von hier aussieht. Da freue ich mich schon drauf. So. 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 Bam. Easy. Wupp, wupp, wupp. Ich kann ihn auch einfach treten, aber ich fürchte, das wird nicht so viel helfen, wie ich wollte. Ich kann ihn auch nicht so viel helfen. So. Okay. So. 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 Ach du Scheiße, ist das noch viel. Boah, war das, ist ja riesig, die Welt. Neue Funktion. Der Schieker-Sensor. Okay. Cool. Nice, jetzt kann ich Schreine finden, das wird ja immer besser. Er wurde aktiviert, schön. Schreine in der Nähe, okay. Den müsste ich ja von hier relativ gut sehen können. Schreine in der Nähe. Vielen Dank.